Kurz mal begrüßen. Hallo, hallo, hallo. Ich hole mal den anderen Karton nochmal. Hallo. Hallo Sabrina. Und Hallina. Ich begrüße euch. Heute Nachmittag. Mal gucken, ob hier noch jemand reinschneit. Weil Nachmittag sind ja so viele gar nicht die Zeit dran. Hallo Sabrina. Mal gucken, was es schön ist. Oh, ich habe damit gar nicht gerechnet. Oh, ist das richtig groß. Oh, jetzt wusste ich gar nicht, dass das schon da ist. Wie cool. Ich dachte, hier kriege ich denn was anderes. Schaut mal. Meine Weihnachtslampe. Die limitierte. Ist hier schon drauf, welche Nummer ich habe? Nein. Das ist dann drin. Oh, leider der Karton ist so schön. Ich liebe die. Oh, all through the night heißt es. Heißt sie? Die ist limitiert. Ich bin total gespannt und begeistert. Die war ja innerhalb von... Es gibt nur 6.000 Stück weltweit. Weltweit alleine. Das ist schon heftig. Und ich habe zwei davon abbekommen. Richtig, richtig geil. Dann war sie ausverkauft. Die hat 170 Euro gekostet. Also kein Schnapper. Und... Ah, seht mal. Limited Edition. Und bei jeder ist nämlich so ein kleiner Anhänger mit dabei. So ein kleiner Baum-Anhänger quasi. Oh, alleine der Baum-Anhänger ist schon superschön. Das ist alles so 3D. Ist superschön. Seht ihr, ne? Und so ist die große Lampe nämlich auch. Voll schön. Die gefällt mir. Das gefällt mir. Ach, wie süß. Ach, wie süß. So, hier haben wir das Schälchen. Hallo Bianca, hallo Inga, hallo ihr Lieben. Hier haben wir das kleine, süße Schälchen. Hallo Jolla. Hallöchen. Und dann... Oh. Nehmen wir das mal rauf. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Das ist natürlich echt meine teuerste Lampe. Ich glaube, ich habe keine teurere. 170 Euro ist echt schon. Das ist schon für mich... Na, ja gut, ich habe die Kutsche noch. Aber ich glaube, selbst die war günstiger. 140 oder sowas in der Art. Das ist selbst für mich so ein Preis, wo ich echt schluckte und dachte... Boah, machst du es, machst du es nicht. Machst du es, machst du es nicht. Ich habe hier so ein Gänseblübchen quasi innerlich ausgerupft und mich selber gefragt. Und was soll ich sagen? Ich habe es zum Glück gemacht. Das ist ein Riesending. Also wirklich, ich muss das echt weiter weghalten. Eine Riesenteil ist es. Hallo Evie. Es hat... Es ist wahnsinnig. Ich muss es selber nochmal alles angucken. Das ist schon... Also das ist alles Holz da drin. Das ist nicht irgendwie so eine Plotz oder sowas in der Art. Sondern alles Holz. Und dadurch sieht das halt mega 3D aus. Ich weiß nicht, erkennt ihr das? Ja doch, das erkennt ihr. Das sieht so schön aus. Und hier hinten kommt dann das Schäfchen drauf. Natürlich für zum Wärmen. Und dann kommt das in meinen... Ich glaube auch in meinen... Hier kommt das auch hin. Ich könnte mir das in der Küche auch vorstellen. Aber dann seht ihr das nie. Ihr dürft ja gerne... Also wenn ihr mich besucht und Sachen abholt, dann seid ihr ja meistens so im Flur. Weil die Küche nicht immer so ganz aufgeräumt ist, lasse ich euch manchmal nicht so in die Küche. Das war gar nicht böse gemeint dann oder so. Sondern dann bin ich so ein bisschen... Ja, so. Ich möchte gerne euch zeigen, wie sie tatsächlich aussieht. Ich werde dafür das hier mal da aufstellen. Moment. Oh, schön. Schön, 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 schön. Moment. Ist die nicht ein Träumchen? Also hier hinten ist sie zum An- und Ausmachen. So, toll. Da ist sie ja dann. Vielleicht sieht die das besser. Ach, ist das ein Träumchen. Schön. Und ich gucke mal, welche Nummer ich habe. Also, ich habe die Nummer 100... Das seht ihr jetzt nicht doch. 123 von 402. Also, passt auf. Die Nummer 123 von 402 in Deutschland, beziehungsweise Deutschland und, ich glaube, England und so, also der europäische Markt, hat 402 Lampen gekriegt. Und das ist schon richtig gut, dass ich davon zwei Stück gekriegt habe. Bei 402 Weihnachtslampen für Deutschland, das ist ja auch kein Wunder, wenn sie so schnell ausverkaufen. Aber, nee, das stimmt. Aber das soll tatsächlich so eine limitierte, mega exklusive Lampe sein. Das ist... Das soll so sein. Hättet ihr die bei mir bestellt, hätte ich die wahrscheinlich für euch bekommen. Weil, ähm... Ich bin echt oft, oft gut bei solchen Sachen. Ich habe damals hier Tragetücher gejagt. Hey, Ben. Ich habe damals Tragetücher gejagt. Und dadurch habe ich noch so ein bisschen dieses Ding drin. Wobei, das letzte Mal war ich, so, so trauerlich gewesen. Da habe ich doch die Jodas, die ganzen Jodas nicht gekriegt. Wobei, ich glaube, so viele waren das tatsächlich nicht. Deswegen sind wir auch ganz, ganz viele sind auch ausgegangen, leer ausgegangen bei dem Preis. Weil es ist ja auch kein Wunder irgendwo. Aber es ist, wie es ist. Weihnachtslampen bekommen. Ich habe mich mega gefreut. So, nächstes... Nächste Kartonage. Kannst du mir helfen? Du willst mir helfen? Boah, guck mal, was ist da drin? So, eine Steine. Ähm... Wollen wir helfen? Ja, ich weiß nur nicht wie. Willst du mir die Sachen rausgeben? Ja, ich will dir wieder die Sachen so rausgeben. Ja, dann musst du doch mal aufhören, Nüsse zu knallen. Boah, Benel liebt Erdnüsse derzeit. Hallo, Tini. Hallo. Die Mordwaffe ist wieder da. Die Mordwaffe ist wieder da. Der Totschläger. Für eine ganz liebe Kundin habe ich einen Brick bestellt. Und die sind tatsächlich ausverkauft, diese hier. Die Frosted Petals sind aber auch meine Lieblingsdüfte gewesen quasi. Die, 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 das ist vor allem gequält. Nina, dann musst du die mal rausholen. Eins. Also hier haben wir Waschmittel Luna. Deswegen ist es auch so schwer. Waschmittel Luna. Haben wir einmal? Drei. Zwei Mal? Drei. Drei Mal Waschmittel Luna? Ja. Vier Mal? Fünf. Fünf. Ah, hier ist irgendwas ausgelaufen. Oh, 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 oh. Das scheint mir ein Faschmittel gewesen zu sein. Ja, hier ist auch, hier ist auch. Zwei sind, glaube ich, ausgelaufen. Warte, wir müssen mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, hier läuft was aus. Ja. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ah, das ist ja doof. Ich meine, gut, Sensi ist da mega kooperativ. Da gibt es sofort Ersatz. Ich gucke nur gerade, wo. Wo das irgendwie ist. Ich glaube, das war nur die Zwei. Ne, guck mal, da ist irgendwas. Irgendein Waschmittel muss das sein. Na, muss ich das mal wiegen? Ich bin rot. Ne, was machst du jetzt, bitte? Äh. Drei. Drei. Ne, das ist Sensi Fresh. Sensi Fresh, Luna. Nochmal Sensi Fresh, Luna. Da muss ich gleich mal gucken. Nochmal Sensi Fresh, Luna. Da hast du irgendein Waschmittel, Schalter. Aber das ist es nicht. Das muss ich gleich nochmal suchen. Hier, dieses hier. Ah. Innere Waage oder sowas. Muss leider los. Die noch gute Besserung. Pass auf dich auf. Oh, danke dir. Danke dir. Dafür dir. Das hat was zu mir. War keiner. Als Trauer. Da haben ganz viele gute Besserungen zu dir gesagt. Ja, ich, der da ist ausgelaufen. Schau mal. Der da ist auch ein bisschen eingedellt. Der da ist ausgelaufen. Meinst du? Schau mal, Mama. Ja, das stimmt. Der da. Aber dann hier an der Seite vielleicht, wo das so eingedrückt war. Ja. Der ist ausgelaufen. Ja, hier ist irgendwas. Dann haben wir den Übeltäter. Wir haben den Übeltäter. Sherlock Holmes. Sie haben gut gearbeitet. Hedwig! Pass auf, den machen wir so. Ja, und der war eingedrückt. Das kriegen wir auch von Sensi erstattet. Das ist ja Schreiben. Bleibt er. Hedwig, Kuscheltier, Kuscheltier. Boah, Gips dazu. Den Brief? Ja. Boah, wirklich? Ja, und die Dame kann leider die auch nicht kaufen, weil die irgendwie Probleme hatte und da vom Kauf zurückgetreten ist. Ich muss sowieso zurückschicken. Dann nochmal. Kriege ich den? Nein! Boah, kann man den Brief? Du kannst nicht jedes Kuscheltier haben. Doch bitte, ich gebe dir. Nein! Ich gebe dir das. Nein, ich nehme keine gebrauchten Kuscheltiere für neue Kuscheltiere. Weißt du was? Ich bin nicht Krösus. Aber ich... Was steht denn zu Weihnachten? Tauschen, tauschen. Hast du schon mal was mit Tauschen gehört? Nein, ich tausche auch nicht. Doch. Du hast ein gebrauchtes Kuscheltier. Das tauscht doch nicht gegen neues. Doch. Nein. Heute schon. Nein, nein. Bitte. Ich bin gerade am Diskutieren. Oh, guckt euch mal heftig an. Wie schön. Der hat übrigens nichts abgekriegt. Der ist komplett frei von Waschmitteln. Heftig. Oh, der ist schon schön. Der hat hier so ein Briefchen. Das kann man abmachen. Und wieder dran machen. Also er wäre auch noch zu hart. Hedwig kostet 57 Euro. Sonst geht Hedwig nämlich tatsächlich zurück. Weil er wie gesagt einmal stimmiert wurde, weil er... Oh mein Gott! Weil da eine Waschmaschine kaputt gegangen ist. Und das geht tatsächlich vor Hedwig. Das behalte ich. Was behältst du? Nichts. Was? Du behältst nicht den Karton. Das meine ich. Was meinst du? Das. Du behältst nicht das. Auf jeden Fall Hedwig. Falls ihr einen Hedwig noch haben möchtet, sagst ihr gerne Bescheid. Ich. Ich. Ein Hedwig. Ja, 57 Euro. Okay. Weil du es bis 50. Ja. Allerdings gibt es dazu Schimmer. Na gut, ich habe auch noch andere Sandpacks. Hier ist auf jeden Fall ein Schimmer-Sandpack. Also eigentlich sollte Hedwig nach Schimmer riechen. Genau. Kein Diskotheken. Da sieht mein Sohn schon, wie viel er bezahlen muss. Das ist der Wahnsinn. Na gut. Das ist wie es ist. Schimmer Sandpack. Was gibt es noch? Du sollst nicht deine Nüsse essen. Wieso? Weil die zu Kaffee sind. Und du hast Kaffee schon gehabt. So, dann habe ich World Traveler Circle. Winterberry Apple Tea Circle. Fluffy Please Circle. Hello. Was? Gib mal her. Was? Alles die Gleichen. Nee, das sind nicht alles die Gleichen. Das können nicht alles die Gleichen sein. Doch. Zeig. Das sind alles die Gleichen. Ach doch. Das sind alles die Gleichen. Ja, die habe ich nämlich bestellt. Polarbeerhack. Ach ja. Das waren die, die waren im Donnerstagsangebot. Für ganz günstig. Und da habe ich gedacht, für unsere Müllmänner. Denen gebe ich ja immer. So Weihnachten, so eine Kleinigkeit. Und Weihnachten, Müllmänner, Postmänner, UPS-Männer. Wen gibt es noch? Wem gibt man noch Weihnachten was? Die da, die immer diese kleinen Zeitungen austragen. Die, die die Zeitungen austragen. Aber das sind meistens eher Jugendliche. Und die haben noch kein Auto. Sollen die den sich um den Hals binden? Ja. Oder um die Ohren hier. Oh, riecht Ohren. Du sollst es nicht. Also sag mal. Ich will doch nur mal riechen. Black Raspberry Vanilla Bar. Er hat ihn zum Glück nicht aufgemacht. Was war er denn? Ihn möchtest du nicht, Plummer Maria Peach? Der riecht doch voll gut. Ich weiß gar nicht, was er hat. Plummer Maria Peach. Uh. Uh. Was war er? Den magst du? Summer Sunshine. Ah. Das sind jetzt die. Ich denke gerade Summer Sunshine. Das ist ja, sind wir in den Sommer zurückversetzt worden? Ja. Tatsächlich. Diese 10er Pack Früchte für 42 Euro. Momentan ist es hölzig und würzig. Witzig. Ähm. Aber Summer Sunshine. Da muss ich nur mal gucken, was das war. Ich habe das gerade nicht so drauf. Summer Sunshine ist ein Megaduft. Oh, den finde ich auch. Berry Fairy Tail. Den machst du? Und was haben wir noch? Das macht er nicht. Pink Pum Grenade. Oh. 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 Snap Dragon. Das sind alles Fucht-Dinger, ne? Du magst nicht? Nee, den mag er nicht. Berry Fairy Tail. Der riecht nach gar nichts. Okay. Der riecht nach gar nichts. Also, Snap Dragon roch eben gerade nicht gut. Und jetzt roch er mit nach was. Ah. Ich habe zwei Pakete Fruchtige bestellt. Den weiß ich auch Bescheid. Danke, Nicole. Sehr gut. Der riecht auch noch gar nichts. Der riecht nach gar nichts. Vielleicht solltest du mal gucken, ob du Corona hast, du Monster. Wenn du nichts mehr riechen kannst. Nee, der riecht wirklich noch nichts, weil die Packung noch zu ist. Red Berry and Spruce. Magst du nicht? Den mag ich voll. Den rieche ich gar nichts. Den riechst du nichts? Desert Tropics. Da rieche ich was? Ah, lecker. Die sind alles fruchtiger. Da rieche ich nur so ein ganz bisschen. Okay. Nochmal Desert Tropics. Das riecht sehr fruchtig. Sehr fruchtig. Pink Pomegranate. Das sind die fruchtige. Gut, dass sie hier noch nicht geholfen hat. Der ist. Oh, der ist Sunripped Berry. Die hätten wir auch alle aufmachen können, weil die müssen wir eh gleich bewerten. Nee, die hätten wir nicht aufmachen können. Nein, ich weiß, wofür die sind. Das wird mir eine Überraschung. Was hast du denn? Magst du nicht? Blumeria Peach? Boah, das riecht voll gut. Voll gut, Blumeria Peach. Die ist wieder ein bisschen kaputt, ne? Mich liegt nicht. Nee, beiß ich nicht, wegen dir war. Magst du nicht? My Darling Clementine. Magst du nicht anscheinend? Oh ja, der ist schon, äh, My Darling Clementine, den musst du in der Lampe haben. Den hatte ich neulich aber in der Lampe und der war wirklich gut. Und, ähm, der riecht nur jetzt so doll, wenn man den direkt riecht. Nee, wenn das kommt. So, weiter. Weiter mit dem Konzept. Huch, Glühbirnchen. Überraschung. Glühbirnchen. Überraschung. Überraschung. Glühbirnchen. Haben wir da noch viel drin? Sagen wir mal Zangstern? Äh, absoluter Lieblingsduft. Er riecht fruchtig, aber auch, mhm. Appleberry magst du nicht? Das riecht ne Apfel oder nicht? Mh, der riecht voll lecker, aber nach Kauni so ein bisschen. Uh, die mag ich. Wer ist er? Tangerine Creamside, ja, den hatte ich auch ganz lange Zeit lang drin bei mir. Boah, der riecht so lecker, ne? Wenn man jetzt im Herbst ist, Herbst, Winter die Düfte hat. Oh, der ist auch so lecker. Und der mal so im Sommerdurch, das ist der gleiche, Bennet. Oh, der ist auch so lecker. Gut, dass er hintereinander weg die beiden mag. Oh, Tangerine Creamside, der ist so lecker. Na, ordentlich, Bennet. Nicht nach Wäsche. Ja, trotzdem musst du nicht so doof tun. Und was ist das? Ja, ich wollte gerade sagen, der Mahalo-Coconut, der riecht gut. Der riecht noch gar nichts. Das ist der gleiche. Oh. Ich finde Mahalo-Coconut riecht aber gut. Finde ich jetzt aber nichts mehr. Ist alles alle? Ja, alles. Ah, Appleberry, Blackgrassberry, Vanilla und... Was ist das hier für ne Box? Redberry & Spruce war extra gleich. Mama, wieso ist das hier so ne große Box? Welche große Box? Die! Weil das die von der Lampe ist. Guck mal, da ist meine Weihnachtslampe. Kannst du hinten mal drauf trocken. Mal gucken, wie du es findest. Oh, ist das viel. Wieso ist das so groß? Krass, ne? Du Tödelmors. Du bist ein Spinner bist du. Ich lege dir da unten auf den Boden. Die ist echt schön, oder? Es tut mir leid, die gibt es tatsächlich gar nicht mehr. Ja, die ist echt so schön. Dafür krieg ich Hedwig. Nein, du kriegst nicht Hedwig. Hedwig, komm her. Nein. Komm mit Hedwig. Bennett, äh, äh. Ich entführe Hedwig. Die ist wirklich so schön. Franzi, hast du dir auch eine geholt? Hans Hema? Die ist wirklich wahnsinnig schön. Ich verstecke ihn am besten im Karton. Ja, lass, lass Hedwig zufrieden. Ich habe ihn im Karton gesteckt. Dann habe ich hier, bin ich gerade am Vorbereiten. Ihr hattet ja alle, wo ich euch gerade alle, alle siehe und höre und so weiter. Nusserl! Spinnen. Ähm, ich habe leider nicht mehr bekommen. Also, hättest du was gesagt? Ich habe sie bekommen. Aber leider auch nur zweimal für meine Kundin und mich. Also, dementsprechend. Ähm, hätte dir das auch nicht... Naja, gut, ich hätte sie für dich bestellen können, aber, ähm, wir hatten alle irgendwie, ja, der eine hat Glück, der andere nicht. Ich fand das ja auch so krass. Das habe ich eben gerade schon erzählt. Ich habe mir leider nicht mehr dieses Dingbums gekriegt, diesen Yoda. Da war ich auch ein bisschen traurig. Welchen Yoda? Den Ventilator. Wolltest du mir aber geben? Ja, weiß ich. Aber habe ich ja nicht mehr bekommen. Ja, dafür kriege ich Schild weg. Nein! Nee, sollte auch nicht sein. Sollte nicht sein. Bei mir leider schon. Teures Vergnügen, sage ich dir. Teures Vergnügen. So, ich bin hier gerade nämlich für den Dernsmarkt. Äh, nee, warte mal. Erstmal wollte ich euch erzählen wegen meiner Gürtelrose, weil so viele nämlich gefragt hatten, wie geht es dir denn jetzt, wie geht es dir denn jetzt? Ist das schön, so wie Lilly gefragt hat? Psst, ist das schön. Oh, das war so süß. Ich erzähle euch das mal ganz kurz. Ja, war mir leider auch nicht. Also, Yoda, mhm, leider nicht. Da hat meine, meine Nichte, saß mit meiner Schwester abends im Bett zusammen. Und Bennet hatte ja zur gleichen Zeit Scharlach gekriegt. Also, Bennet Scharlach, ich, äh, Gürtelrose. Und, ähm, dann saß, also, erzählte meine Nichte mir, äh, meine Schwester mir. Ich dachte, oh nein, ich konnte nicht mehr. Dabei ging es mir so schlicht, aber ich konnte nicht mehr verlachen. Ähm, da hat sie dann gesagt, ja, Bennet kommt morgen früh nicht. Ähm, der geht immer vor der Schule, weil wir zu früh aus dem Haus sind. Geht er immer zu meiner Schwester noch und mit denen zusammen zur Schule. Dann, nein, er ist nicht länger als eine halbe Stunde da, glaube ich, und dann geht sie zur Schule. Mh, und dann war er, und dann sagte sie zu meiner Nichte, die Lilly, die ist fünf. Und dann sagte sie, ja, ähm, Bennet kommt morgen nicht, der, der ist krank. Und dann sagte, sagte sie, oh nein, dann muss er alleine zu Hause bleiben. Und dann sagte sie, nee, nee, ähm, Dani bleibt auch zu Hause, äh, die hat eine Gürtelrose. Und dann sagt Lilly, oh, das ist bestimmt ganz hübsch. Mh, nein. Und dann sagte Michi, nee, das ist, das ist krank. Also, das ist eine Krankheit. Ähm, und dann sagt sie, oh nein, muss Dani jetzt sterben. Mh, und dann sagt Michi, nein. Oh, das ist so, na, Bennet, reiß dich zusammen. Hör, Spinner, ey. Also, ähm, ja, mir geht es schon wieder viel, viel, viel besser. Ich habe ja diese komischen Tabletten gekriegt. Das ist so wie Antibiotikum, nur für ein Virusinfarkt. Genau so. Also, die sieben Tage sind. Hältst du den Bubble? Okay. Danke. Mach ich nicht. Sonst fliegst du raus. Okay, mach ich nicht. Ähm, das ist, ja, so wie Virustabletten quasi. Ach, Ding, ich weiß. So wie Antibiotikum, nur für ein Virus. Und, ähm, also, Bennet hat ja gleichzeitig dann das Antibiotikum angefangen. Und der war wieder ganz, ganz schnell wieder fit, weil es einfach ganz schnell geholfen hat. Und bei mir, also, es geht mir seit gestern schon wieder besser. Ich nehme seit gestern auch nicht mehr so hochdosiert Schmerzmittel. Okay, also, das geht. Ähm, aber es juckt noch wie Sau. Also, und gerade so jetzt, weil es heilt. Also, man sagt, je mehr es heilt, desto mehr juckt es. Und das stimmt, das juckt so. Also, wer jetzt noch damals sich als Kind erinnern kann, wie Windpocken waren. Boah, dieser unaufhaltsame Juckreiz, das war ganz schlimm. Und das ist, ähm, ja. Aber mir geht es, wie gesagt, jetzt ab heute wieder echt viel, viel, viel besser. Viel, viel besser. Und, ähm, wobei ich das innerlich noch so ein bisschen alles merke. Mal gucken, mal, ich muss hier mal den Tisch gleich wischen. Ähm, wobei ich das innerlich, wobei ich das innerlich noch total merke, weil ich, ähm... Oh, ich muss noch rein. Weil ich, ähm, ja, heute wirklich zwei Stunden Mittagsschlaf gemacht habe. Er hatte mich zwei Stunden schlafen lassen. Ich hatte hier meine Serie geguckt. Er hat seine Serie geguckt und mich zwei Stunden schlafen lassen. Super, super niedlich. Zwei Stunden lang habe ich... Ja, ich... Meine Serie... Du sollst... Ich hab noch... Das waren zwei Folgen, die ich geguckt habe. Ja, aber ich habe fast zwei Stunden geschlafen. Er musste ja eine Folge... Na, du hast ja vorher Hausaufgaben gemacht. Das dauerte 20 Minuten und eine Folge von mir hat 40 Minuten gedauert. Ja, guck mal, es ist fast zwei Stunden. Und ich war voll wie abgeschossen. Also daran merke ich das noch, aber sonst geht's mir gut. So, was wollte ich denn noch sagen? Am Samstag bin ich beim Dernsmarkt und da, äh, erwarte ich euch alle. Und immer mal, was ist der Dernsmarkt? Alle, die Bock haben zu kommen, das wird bestimmt richtig cool. Der Dernsmarkt ist eigentlich sowas wie so ein Second-Hand-Markt. Da sind ganz viele Leute und das will ich dir gerade erklären. Würdest du mich mal ausreden lassen? Ja, ich glaube nicht. Das ist ein Markt, da nehmen alle ihre Klamotten mit, aber alle Erwachsenen ihre Klamotten mit. Und Finger weg jetzt aus den Nissen. Sofort. Ey, was hab ich du? Allerletzte. Ich schließe die sonst weg. Ja, auf jeden Fall, da nehmen alle ihre gebrauchten Klamotten oder neue Klamotten, was auch immer die haben, und verkaufen die da. An jemand anderen, der die Klamotten vielleicht in die passen, weil jemand dünner oder dicker geworden ist. Und genauso geht es denen, die verkaufen vielleicht auch. Genau, und dann draußen, also es soll wohl so zwei Räume geben. Im Vorderraum, da sind so die anderen Direktvertriebe unter... Einatmen, Ausatmen, Kinder sind toll. Wem sagst du das? Die anderen Direktvertriebe sind wohl auch noch da, beziehungsweise Deko und so. Kann ich mir vorstellen, wie, wo, was. Unter anderem dann auch ich mit Sensi. Und ich freue mich schon richtig doll. Ich hab so kleine... Nein! Ich geh! Kleine Pakete gepackt und so weiter. Sag mir mal, ob das Patrizia ist. Das ist Patrizia! Okay. Ja, bitte. Lass Bolle sie fressen. Aber sie kann reinkommen, ich bin zu Ende. Genau. Also, vor allem, wenn sie schlafen, ja, vor allem dann. Also, auf jeden Fall bin ich da und dann hab ich für alle nämlich... Alle nicht, sondern die, die Sensi noch nicht kennen, hab ich so ein kleines Tütchen fertig gemacht mit einer kleinen Duftprobe. Einmal QR-Code und einer Liste... Und in der Liste, was es alles bei Sensi so gibt, packt dann noch ein kleines Doftbröbchen rein und fertig ist. Das kriegt dann jeder, der Sensi noch nicht kennt. Einfach mal zum Gucken. Und sich dann melden, wenn jemand Interesse hat. Unter anderem sind da aber auch auf diesem Dernsmarkt, neben natürlich Secondhand und so weiter. Oh nein, ich bin zu spät. Ja, Mama, du bist zu spät. Sonja, du auch. Unter anderem ist bei diesem Secondhand-Markt, mache ich kleine Körbchen fertig. Nicht zu viel, aber ich dachte so zum Direktkaufen. Mit so kleiner Lampe und kleinem Bar... Äh, kleinem nicht, sondern kleiner Lampe und Bar. Einfach für so einen Preis, wo ich denke, ah, vielleicht das mal welche, das noch für Weihnachten mitnehmen oder so. Ich bin gespannt. Also ich war lange nicht mehr auf einem Markt und bin super gespannt, ähm, wie das sein wird. Ja. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. Und ich freue mich, mit euch allen zu quatschen, zu labern über Sensi am besten. Oder über andere Sachen, die ihr euch da beim Dernsmarkt gekauft habt. Ich hoffe, ich lasse nicht alles Geld, was ich da verdiene. Biedada. Ich kenne mich nämlich. Ähm, ja. Genau. Also so viel dazu. Ihr könnt nicht bei mir Klamotten kaufen, ihr könnt bei mir Sensi kaufen. Und auch Sensi schnüffeln. Also ich nehme alle Duftruppen mit. Also, Klamotten bei dir kaufen. Nein. Ich nehme alle Duftruppen mit. Und dann könnt ihr nämlich sehr, sehr gerne auch einfach die Düfte schnuppern. Und wenn ihr sagt, ah, Mann, ich bin dann, oder ich komme momentan zu keiner Party oder sowas in der Art. Gar kein Problem. Erstmal könnt ihr euch so natürlich auch was ausleihen. Oder aber auch beim Dernsmarkt vorbeigucken. Das ist in Selk, in der Sporthalle. Und geht am Samstag von, ich meine, 17 bis 20 Uhr. Und ich bin da. Also dementsprechend, ich freue mich sehr auf euch. Und ich, ähm, ja, freue mich einfach, dass ihr alle da hinkommt, hoffentlich. Ihr könnt natürlich auch Bars direkt vor Euren kaufen. Ich nehme einige Bars noch mit und so. Und ich denke an die Buddies auf alle Fälle, Sonja. Gut, dass du sagst. Eigentlich sollten heute auch 8 Darth Vader Buddies kommen. Die wollte ich fast alle, fast alle mitnehmen zum, ähm, Dernsmarkt. Weil auch gerade so Darth Vader und Star Wars und so weiter ist ja auch, ähm, schön mal mitzunehmen, ne? 21, 25 für ein Darth Vader Buddy. Äh, inklusive Sandpack kann man mal mitnehmen. Genau. Äh, ansonsten hilft mir nämlich die liebe Sonja. Die ist nämlich bei mir an der Seite. Und gibt allen, die Sensi noch nicht kennen, so ein kleines Tütchen. Ich habe nämlich ganz viele fertig gemacht. Ganz viele Tütchen. Die muss ich noch mit Duft oben versehen. zu kleben. QR-Code drauf und zack, ab damit. Jedem verteilen, der Sensi noch nicht kennt, weil, ihr wisst, es ist toll. So, tschüss ihr Lieben. Ich bin jetzt hier mit Patricia, meinem super lieben Timi, einen schönen Kaffee trinken und über Sensi quatschen. Worüber denn sonst? Tschaui!